Ass. Gutes Assam, ja. I'm very sorry. Das tut mir rein, das ist mir nicht ernst. Was meinst du ernst? Das Assam, ja. Achso, nee, ich warte mich für das Inten entschuldigen. Das gehört zu spät dazu. Da ist nichts zu entschuldigen. Aber ich wollte nicht. Ja, ich will auch nicht Inten und trotzdem tun was. Was waren denn nochmal meine Carry-Jungler, die ich sonst gespielt hab? Nunu, Nunu ist kein Carry-Jungler leider. Nida ist ein Carry-Jungler, ja. Aber Nida hab ich in der Kommt grad nicht gefühlt. Punch-Jungler ist einfach... Ich punche grad eine null-prozentige Win-Rate bei mir, ey. Ähm, Flo noch mal mit 3. Ich benutze Füße, werden bei Blitzkrieg wohl Instagram Sex-Bots. Alter, ich glaub das hier... Holy Shit! Microphone activated. Ja, das ist Mango-Jungler. Oh, ich bin activated, ne? Ja, ich auch. Ich bin sowas von activated, Alter. Das dritte Game in Folge ist jetzt je gebannt. Feels fucking bad. Ich aktivier dir sowas von weg jetzt. Do that. Oh, Nidali, ich sehe, ah. Da muss ich mich nur konzentrieren, wenn ich Nidali spiele, aber dann ballert das. Ich hab neue Emotes angefragt und eins davon wird mein Maluna Chibi in einem Affenkostüm sein. Ich freu mich sehr. Oh mein Gott. Und Maluna Chibi, was Stonks imitiert. Also das wird auch witzig. Perfekt. Ich hab sogar kurz überlegt, du in einem Affenkostüm, ich in einem Affenkostüm, also die Chibis und dann haben wir einfach ein Emote für Monkey Cube. Oh. Oh. Ist das denn eine Idee? Please, wir müssen jetzt gewinnen. Einfach nur für die mentale Gesundheit. Oh nein, was ist das für eine Podcast? Was ist das für ein Team? Jetzt hast du den Blitzschrank wenigstens mal. Alter, was haben die denn? Ja, French Mage hat letztes Mal nicht gut getragen. Aber ich wollte mal die anderen ausprobieren. Ne, aber wir müssen French Mage spielen aus Prinzip. Aus Prinzip. Aus Prinzip. Prinzip. Ich nehme mal Candy Came, das war schon, die ist auch ziemlich wübsch. Da der Brille ist schmutzig, geh sie reinigen. Dein Account ist getimed out, geh mal ein bisschen Zeit suchen. So Monsieur, sind sie bereit? Für die Caddy? Yes. Let's go. Yes, yes, yes. Ah, Miss Forzen? Das sind keine Kniestoffe, das sind Schuhe, ne? Ja. Ja, ne, das sind Schuhe. Ja. Die gehen auch ja nicht über die Knie. Ne, ne, ne. Oh! Ja, der ist tot. Geiles Ding. Renn, bitch. Renn. Okay, Bluboff. Schade. Gut, der ist oben. Rennspiel mit Overly besser? Ja. Oh, wie ich Early Clears hasse mit Nidalee. Da muss man sich so hart konzentrieren. Man kann die einfach draufhauen. Hairweight Vögel sind ja voll free. Merke ich das jedes Mal aufs Neue, oder bin ich einfach nur blöd? Und hab das noch nie gemacht. Oh. Das ist kein Flash mit. Oh, Top-Land ist auch. Tiger Over Extended. Ja, okay, ich muss erst Top-Land gehen. Ist so free. Okay. Heißt nicht, ob das letztes Mal auch so war? Good job. Very nice. Irgendwie deine Tastatur ist mega laut. Ich weiß nicht, ob ich dich einfach... Oh, das könnte meine Sense im TeamSpeak sein. Da kann ich mich gleich mal umgucken. Oh no. Don't die. Don't die on me. Oh, mit dem Heal. Ich glaub das nicht. Oh, der lebt. Oh, ho, ho, ho. Dieser Chat ist manchmal so cool, alter. Deine Tastatur ist wirklich... Irgendwie laut geworden. Okay. Warte, ich stell's mal kurz um. So, jetzt solltest du sie höchstwahrscheinlich nicht mehr werden, wenn ich so laut drauf rumtippe und sonst nichts mache. Ja, ist schon... Ja. Nice. Okay, das ist jetzt eigentlich ein legendärer Becker. Etari fragt. Seid ihr Geschwister? Nein. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Nein, nein, nein. Unless... Nein. Warte, was? Unless... Wer weiß das schon so genau? Oha! Sie sind zwar gleich dumm, aber nicht Geschwister? Was soll das jetzt? Alles klar. Ich hab die einfach übergefroren. Also dann würde ich hart bezweifeln, dass Lukas gleich dumm wie ich ist. Es gibt Grenzen. 95 IQ ist grad nicht so leicht zu erreichen. Jetzt... Nicht schon wieder die Schiene jetzt. Safe burn is the best burn. Let's crankville. Oh, schade. Aber ich snap dir immer an. Oh! Was? Äh, hier. Achtung. Da kommt die, äh, nieder... Ne, Diana heißt die, genau. Nieder bin ich. Mit deinem einen Fall war die ja schneller auf... Also, was war das denn? Das war krank. Das war krank. Das war krank. Drache? Ich würde jetzt auch gerne einen Drachen ziehen, ja. Ich glaube, ich mach den auch, ohne dass die sehen, dass ich ihn anfange. Ja, okay, sowit zu dem Thema. Äh, sollen wir dir helfen? Ja, jetzt bin ich tatsächlich auf Hilfe angewiesen, wenn ich... Ich bin auf dem Weg. Geil, 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 geil. Nimm die Pflanze. Yes. Omnom. Dankeschön. Nomnom. Perfekt! Junge. Oh, hast du sie wieder getroffen, Alter? Das ist ja... Äh, I'm sorry, what? Also, die Wölfe auch schon faker. Das wird immer schlimmer hier. Boah, die sind so squishy botlen. Ja, ich komme mal wieder in die Richtung. Allein, weil ich jetzt schon sehe, was da passiert hier. Uh. Was haben wir? Schön. Ich bin da drin. Ich bin da drin, kümmert sich um den Pike. Loll. Oh. Ich dachte nicht mal, dass das trifft. Okay. Aber wir haben sie. Very nice. Hä? Sag mal, was ist denn heute los? Der ganze Jungle ist faker. Ich sollte mal wieder auf die Topside, glaube ich. Ich hänge jetzt gefühlt seit 10 Minuten auf der Bot. Aber ich meine, es funktioniert auch also. Gehen sie anderen Bedürftigen helfen? Wir danken ihnen vielmals. Oh, äh, für den, äh, oh, mau. Schwierig. Achtung, Botlane ist nicht mehr da. Scheiße. Ich bin ein Clown. Ey, ich meinte gerade so, Achtung, Botlane ist mir nicht mehr da, während du gerade schon mit Pfein feindest. Achtung, übrigens, Botlane, SS. Boah, da sind wir auch nicht wieder da. Ohne den Blitz wird das ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen schwierig. Ich hoffe, er kommt zurück. Ja, same. Ich würd's mir so wünschen. Ah! Alter, beschworen einfach. Was? Hm, okay. Auf jeden Fall wissen wir, dass es Internet-Probleme sind. Was ist denn das für ein Tiltenersatz eigentlich, der dann eingeführt wurde? A player on your team is 11k, so you may forfeit by typing surrender. Geben sie doch einfach auf. Selbst in League versteht das Mindset nicht. Alter. Oh, 625er-Pling, oh no. Oh, er schafft das schon. Ich glaub an ihn. Oh, oh, ich komme. Ich komm. Okay. Was? Oh mein Gott, ich konnte nicht rechtzeitig in die Menschenform wechseln. Okay, das hat mich übel rausgebracht. My bad, hätten wir beide haben können, dass ich sterbe. Ohohoho. Ohohoho. Katelyn geht Half-Life von der Max-Range-Sperre. Gut zu wissen. Welcome back, Blitz. No problem. Not your fault. Ja, genau so. Und die haben sie erinnert. Was? Was? We take it. Okay? Ach, da war wohl das Team Toxic. Und hat nicht beliebt. Jo, aber holy shit. Jo, ich hab 17 LP bekommen. Ja, same. Aber gut. Aber alter, das war schon wieder so fast mal clean. Was ist denn los? Nasus hat aber auch anscheinend hart, also Nasus-Balken ist dick. Strong. Very long. I used to think I was fine being lonely. But I'm not afraid this time. Oh, oh. I don't wanna fly away. I don't wanna fly away. I don't wanna fly away. I see my eyes. I see my eyes. I see my eyes. I see my eyes.